Was ist Klimawandel? Langfristige Veränderungen der Temperaturen und des Wettermusters. Die Eisenbahn. Ein schienengebundenes Personen- und Güterfahrzeug mit verschiedenen Antrieben. Erste öffentliche Eisenbahn 1825 in England von Stephenson, die Lokomotive No. 1 in England. Katalysator der industriellen Revolution und nun heute alle Facetten. Und nun heute alle Facetten von Zuggenerationen und Typen, die ein Güterzug. Die Eisenbahn. Ein schienengebundenes Personen- und Güterfahrzeug mit verschiedenen Antrieben. Erste öffentliche Eisenbahn 1825 in England von Stephenson, die Lokomotive No. 1 in England. Katalysator der industriellen Revolution und nun heute alle Facetten. Die Eisenbahn. Ein schienengebundenes Personen- und Güterfahrzeug.